Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blickpunkt Bildung. Die Gesprächsreihe nimmt die Learnings der DOSB Lizenzausbildung in den Fokus und zeigt wertvolle Erfahrungen, kreative Lösungen, digitale Konzepte und Lernformate in der Bildungsarbeit auf. Mein Name ist Sabrina Hummel aus dem Bildungsteam des Deutschen Olympischen Sportbundes und heute spreche ich mit Thomas Plagg vom Landessportbund NRW. Vielen Dank, dass du ein Teil von Blickpunkt Bildung bist. Hallo Thomas. Hi Sabrina, grüß dich. Erzähl mal, wer bist du und was machst du beim Landessportbund in Nordrhein-Westfalen? Genau, also mein Name ist Thomas Plagg. Ich bin 31 Jahre alt und bin Referent für Leistungssport beim Landessportbund NRW, also im Referat Leistungssport. Und ja, wir betreuen quasi unsere Landesfachverbände und unterstützen die halt beim Nachwuchsleistungssport. Also wir fördern die Landesfachverbände und betreuen und beraten sie dann halt bei ihren Entscheidungen, was den Nachwuchsleistungssport in NRW angeht. Also das heißt, du bist für alle möglichen Sportarten der Ansprechpartner? Genau, ich habe noch zwei Kolleginnen. Wir sind zu dritt auf drei Referenten, Referentinnen und wir haben die Verbände aufgeteilt. Also bei mir sind so, ich habe die ganzen Mannschaftssportarten, Basketball, Handball, Volleyball. Dann habe ich auch noch Bob und Schlitten zum Beispiel oder Gewichtheben. Also es ist bunt gemixt und wir haben uns die halt aufgeteilt, weil alle wären ein bisschen zu viel. Und genau dann hat jeder halt so seine Verbände. Ja, cool. Also vor allem sehr facettenreich, sowohl Sommer- als auch Wintersportarten. Da ist bestimmt einiges zu tun auch. Ja, das stimmt. Ja, sehr interessant. Ja, cool. Dann lass uns doch mit der ersten Frage starten, nämlich was verbirgt sich denn hinter der Kampagne beim Sport gelernt, die ihr auf den Weg gebracht habt? Ja, genau. Also die Kampagne beim Sport gelernt vom Landessportbund, die ist jetzt schon, glaube ich, ein paar Jahre haben wir die schon quasi gestartet. Ich glaube, 2017 oder 2016. Und es ging halt darum, dass nicht nur Bildung in der Schule passiert oder zu Hause bei der Familie, sondern gerade im Sportverein, dass die Kinder da halt wirklich auch gebildet werden. Und Sport und Bildung gehört für uns zusammen. Und deshalb kam auch dieser Kampagne beim Sport gelernt, weil wir finden, dass die Kids im Sportverein halt wirklich was, was jetzt Umgangsform, was Toleranz, was Selbstbewusstsein, diese Sachen, die sich die Kinder da holen können, das hat auch was mit Bildung zu tun. Und da haben wir dann halt angefangen, auch Motive zu schießen. Da gab es dann verschiedene Motivserien, die wir präsentiert haben. Und was auch ganz cool ist, dass wir, glaube ich, jetzt schon seit 2017, ja, nochmal, ich habe nachgeschaut, über 1300 Videos jetzt schon gemacht haben, wo halt Kinder oder Trainer aus Vereinen halt sagen, was sie beim Sport gelernt haben. Also die kriegen dann quasi die Frage gestellt, was habt ihr beim Sport gelernt? Das sind immer so kurze Videos. Und dann sagen die halt, ja, ich habe gelernt, hier vertrauensvoll mit meinen Mitspielern umzugehen. Und das bisher kommt super an. Und da kommen immer noch Videos rein. Und ja, bisher, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne. Ja, super. Also ich bin auf jeden Fall großer Fan. Ich habe auch schon einige Postkarten gesehen mit den ganzen Motiven. Die hängen auch bei uns im DOSB teilweise im Bildungsbereich. Also total coole Sache. Und ihr bildet da ja auch verschiedene Sportarten ab. Also es ist ja irgendwie wirklich vom Taucher bis hin zum Reitsport. Also ja, also alles Mögliche, auch richtig in coolen, in coolen Posen und so. Also da muss ich die Komplimente auch mal weitergeben an unsere Marketingabteilung, also die wir hier im Haus haben, die sich dann wirklich dann darum kümmern, dass die Bilder dann auch, wir haben vielleicht die Ideen, aber die setzen das dann immer um und dass die Bilder dann auch so toll aussehen, wie sie dann aussehen. Ja, schön. Und dann habt ihr ja in dem Bereich also auch nochmal was gemacht, um nach außen zu tragen, was für eine Wirkungskraft auch der Sport irgendwie hat. Nämlich ihr habt eine Wanderausstellung gemacht, um ein Stück weit, also verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber um die Aufmerksamkeit für Trainerinnen und Trainer auch ein Stück weit in der Politik zu erhöhen. Erzähl doch mal, wie ist euch das gelungen, wie seid ihr da vorgegangen und wie konntet ihr euch vielleicht auch Gehör verschaffen und gegebenenfalls sogar auch die DOSB-Lizenzausbildung ein bisschen in den Fokus rücken? Ja, also wir haben genau diese Wanderausstellung, das sind jetzt zehn Motive auch, wo halt besonders herausragende LSB, also NRW-Trainer abgebildet sind, sind auch wirklich ganz tolle Bilder geworden, weil wir finden, dass die Trainer nicht die Anerkennung und die Aufmerksamkeit kriegen, die sie verdienen in der Gesellschaft. Oft kennt man ja nur die Trainer irgendwie, die man beim Fußball sieht, die Profitrainer, die dann viel Geld verdienen oder man denkt an die Trainer bei sich im Sportverein, die dann nur ehrenamtlich mal so ein Stündchen machen. Aber es gibt halt ganz viele Trainer, die das hauptberuflich machen, im Hintergrund wirklich viel Training machen mit ihren Athleten, damit die zu Olympia kommen und die haben halt überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit oder diesen finanziellen Background. Und deshalb haben wir diese Wanderausstellung entwerfen lassen. Und da wir als Landessportbund, ja, ich würde schon sagen, einen ganz guten Draht zur Staatskanzlei haben, hier zur Politik nach Düsseldorf, haben wir da unsere Idee auch präsentiert. Und dann hatten wir das große Glück, dass die Staatssekretärin, die Frau Andrea Milz, die ist die Staatssekretärin hier in NRW für Sport und Ehrenamt, darauf aufmerksam geworden ist. Und der hat die Bilder oder die Motive sehr gut gefallen. Und die war direkt Feuer und Flamme und dann haben wir sogar noch ein Motiv mit Frau Milz geschossen. Also Frau Milz ist auch auf einem dieser Motive abgebildet. Und das war natürlich so ein Einstieg, den man nehmen konnte. Und da ist Frau Milz jetzt auch wirklich immer irgendwie, die will auch mal wissen, wie es weitergeht mit der Ausstellung. Hat uns auch schon mal ein, zwei Ideen präsentiert. Und die Ausstellung wurde dann letztes Jahr im November auch quasi so eröffnet im Landtag in Düsseldorf, direkt vor den Plenarsälen. Und stand dann auch 14 Tage in Düsseldorf. Aber leider war da ja die Pandemie schon im vollen Gange. Und die Ausstellung wurde da zwar eröffnet, aber es lief dann auch wirklich über Internet-Stream. Also wir hatten schon eine Gästeliste und Trainer, die halt auf den Bildern abgebildet sind durften, hätten vorbeikommen können. Und das ist alles halt so ein bisschen ins Wasser gefallen. Also der Rahmen war halt nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten, was die Trainer und die Ausstellung auch verdient gehabt hätte. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es jetzt besser wird und wir die Ausstellung jetzt noch an vielen, vielen Orten präsentieren können. Und wie war so das Feedback? Also du hast ja gesagt, das wurde irgendwie auch im Landtag bei euch in NRW ausgestellt. Das heißt also viele Politiker und Politikerinnen sind ja dann zwangsläufig auch mit der Wanderausstellung konfrontiert worden. Also wie war da so das Feedback? Kam das gut an? Wurde der Sport da wahrgenommen? Genau, also es war vor allem Neugier konnten wir, glaube ich, wecken, weil, wie gesagt, diese Bilder sind ja an Orten gemacht worden, wo man Trainer jetzt eigentlich nicht erwartet, nicht in der Sporthalle, sondern irgendwie in Bergwerk oder im ZDF Sportstudio oder also in ganz verschiedenen interessanten Orten. Und das hat auf jeden Fall Neugier geweckt, dass die Leute dann nochmal stehen geblieben sind, sich das durchgelesen haben. Und wir hatten dann auch ein, wir haben dazu auch eine Broschüre erstellt, die lag dann dabei, die konnte man sich mitnehmen. Da stand dann nochmal mehr drin, da waren Interviews mit den Trainern. Also ich denke schon, dass das was gebracht hat, dass die Leute aufmerksam geworden sind und das war ja auch das Ziel. Aber das reicht natürlich jetzt nicht, um jetzt die Problematiken jetzt zu lösen. Aber ich hoffe, das ist irgendwie ein Start oder ein Aufmerksam machen auf die Problematik. Und dann muss natürlich jetzt auch noch was passieren, weil nur eine Ausstellung hilft natürlich nicht, um das Problem zu lösen. Gibt es denn da schon Pläne, wie ihr das jetzt irgendwie nachhaltig etablieren wollt, um noch die Wahrnehmung und Darstellung der Trainerinnen und Trainer langfristig zu etablieren? Ja, also wir haben quasi beim Landessportbund schon eine Traineroffensive, so nennen wir das, LSB-Traineroffensive seit ein paar Jahren, wo wir schon verschiedene Ideen umsetzen wollen. Da gibt es die Berufstrainer-Ausbildung. Da versuchen wir mit der IHK und ein paar ausgewählten Universitäten was auf die Beine zu stellen. So eine duale Ausbildung zum Beispiel. Und ein großes Thema ist ein einheitlicher Trainertarif. Also dass es so ein Grundgehalt gibt, womit Trainer einsteigen, ab einer gewissen Qualifikation oder noch Möglichkeit haben, aufzusteigen in diesen Gehaltsstrukturen. Das haben wir jetzt schon für die Trainer, die bei uns angestellt sind, beim Landessportbund, die dann quasi über die Olympiastützpunkte bei uns angestellt sind. Da konnten wir das schon verwirklichen. Und das muss das Ziel natürlich sein, das in alle Landesverbände irgendwie zu übertragen. Aber das ist natürlich eine Riesenaufgabe, weil jeder Landesverband natürlich ganz andere Strukturen hat. Und ja, wir hoffen halt, dass das jetzt oder wir hatten gehofft, dass durch diese Ausstellung so ein Startschuss fällt. Aber jetzt durch Corona müssen wir ehrlich sein, ist es halt ein bisschen alles, naja, ich hoffe nur nach hinten verschoben worden. Weil viele Ideen, die wir hatten zu diesen Projekten, die konnten dann halt so nicht stattfinden, weil, wie gesagt, die Unis waren zu oder die Verbände hatten andere Sorgen in der Zeit, überhaupt da arbeitsfähig zu bleiben. Aber wir sind ganz guten Mutes, dass wir da jetzt bald weitermachen können. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Und nach einem großen Vorhaben. Also macht das auf jeden Fall, dass ihr das nur jetzt irgendwie nachholt. Weil da gibt es ja wirklich so viel Potenzial auch. Eine abschließende Frage. Und zwar, wie haben denn die Trainerinnen und Trainer das wahrgenommen? Also haben die irgendwie gemerkt, dass sie vielleicht auch von der Gesellschaft oder vom Umfeld nochmal anders wahrgenommen wurden? Kannst du das irgendwie einschätzen? Ja, ist bisher tatsächlich schwierig, weil das wirklich mit dem Startschuss halt irgendwie diese Pandemie-Thematik über uns gekommen ist und dann halt wirklich auch kein Training möglich war. Und damals, als wir die Fotos schon geshootet haben, da hat man natürlich gemerkt, dass die richtig begeistert waren, dass jetzt was passiert. Also wir haben halt in den Verbänden, wo wir die Trainer halt, die Trainer, die wir uns ausgesucht hatten. In den Verbänden war natürlich super gut. Die fanden die Idee klasse. Die Trainer waren auch begeistert. Die haben das auch auf ihren Websites präsentiert. Also man hat schon gemerkt, dass sie froh sind, dass jemand jetzt mal ihre Situation erkennt und dass sich mal jemand für diese Thematik mehr interessiert und für dieses Berufsbild. Und das hat man schon gemerkt. Aber wir wollten natürlich jetzt in die breite Öffentlichkeit und das auch vielleicht mal Bürgern zu präsentieren. Und ja, da haben wir halt leider bisher noch nicht so viel Resonanz haben können, weil die Ausstellung haben bisher wirklich nur wenige Leute sehen können in echt. Und ja, da kann ich dir vielleicht, könnte ich dir vielleicht hoffentlich in einem Jahr noch eine bessere Antwort noch darauf geben. Ja, aber auf jeden Fall ist das ja so ein richtiger und wichtiger Schritt, um die Trainerinnen und Trainer auf eine Bühne auch zu heben und zu sagen, okay, ihr seid einfach wichtige Akteure für uns. Und da habt ihr auf jeden Fall schon den richtigen Schritt gewählt und an den Start gegangen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt, wenn alles wieder ein bisschen entspannter wird hier rund um die Corona-Pandemie, dass ihr das nachholen könnt und die Trainerinnen und Trainer da noch sichtbarer werden. Ja, hoffe ich auch. Danke. Super, Thomas. Dann vielen lieben Dank. Herzliche Grüße nach NRW und bis bald. Ja, danke, Sabrina. Danke fürs Interesse und hat Spaß gemacht. Ja, mach's gut, Thomas. Ciao. Dann, tschö.